Zack, zack, zack. Ähm, das auch da hin. Zack, zack. Und dann ab ins Bett. Ja, bitte aufzuregnen. Gut. Danke. Danke sehr. Ich glaube, ich sollte, ups, ich wollte es gar nicht laufen. Ich glaube, ich sollte langsam aufhören, jetzt mal zu gehen, immer wenn ich schlafen gehe, weil dann, ich bin jetzt irgendwie müde geworden. Und ich will jetzt auch nicht unbedingt im Let's Play die halbe Zeit nur gehen oder so. Vielleicht finde ich ja auch irgendwo noch so lila Pilze oder original Texturen. Ich glaube gar nicht, weil ich weiß gar nicht, ob die original Texturen lila sind oder nicht. Verdammt. Ist doch egal. Ähm. Irgendwo in der Schlucht werde ich schon Pilze finden. Die ich dann nicht gleich, ähm, in der Lava verbrennen lassen mit mir oder so. Wird schon irgendwann mal gelingen. Ähm. Ähm. Genau, ich wollte auf Tierjagd gehen. Hm. Ja, die meisten Tiere habe ich da hinten irgendwo gesehen. Ja, mir kommt vorher spawnt auch fast nichts mehr da im Licht. Ja, oder. Ja, im Licht hat noch nie was gespawnt, aber. Ich meine, hier ist fast nichts mehr im Licht. Weil früher war das ja so, dass, äh, oder ganz mal anfangs so ist. Zuckerrohr. Vier? Gut. Da, ähm, ja. Samen sollte ich auch sammeln. Dam, 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 dam. Hm, 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 hm. Dam, dam, dam. Kann ich auch wieder ein bisschen was anpflanzen. zu nach hause zu kommen ich kenne es ist es ist auch hier an tun und ja auch und hier der trefft vielleicht mal hallo ja danke ja warum kann ich ordentlich sammeln abstauben also gemüse sammeln gibt es hier noch also hier sind wir auch alles so buschig also ein zwei zwei ich darf nicht vergessen da drüben ist mein häuschen und genau da in swamps jetzt einfach englisch schweine für uns alle wirklich viele schweine hier verdammt auch 0,01 prozent schluss haben oder irgendwas ja ich weiß wirklich nichts und irgendwie wäre es aber auch interessant weil sieht man ja auch nicht oft dass ein creep ein ei liegt ja und kühe habe ich auch noch nie getroffen jetzt hier in den swamps bis jetzt hier habe ich noch nie getroffen jetzt ich habe schon 18 samm und du bist freund hahaha also die schweine sind zu meinen liebsten kumpel über die lassen mich einfach immer so wenn ich gerade Hunger habe so da fängt die schlucht an schätze ich mal immer wenn ich Hunger habe lassen die mich einfach so mal ein stückchen aus den rippen rausreißen finde ich ganz nett von denen das ist ein geist da hinten habe ich wieder da noch mehr gut dann habe ich zumindest mal wieder ein vorrat für drei monate oder drei stunden wie auch immer er hätte er war und gut ich habe es da noch nicht gut dann nur ein wochen wochen und die nächsten ritten reinhauen hier die greifen oben nachgekommen oder so nett wäre es wenn ich da oben ein schweine spanner für mich da einfach so eine art farm machen oder sowas und mehr schweine und ein schäfchen wieso hat es gerade so gerecht ist ich will eure rippchen ich bin so süchtig danach ja hinten noch eins und dann habe ich glaube schon finden sie wieder welche ist ja ich habe nichts dagegen jetzt allerdings würde ich auch gerne mal wieder nach hause kommen langsam deswegen springt ich jetzt auch bremsen ein abgut so dass das reinfällt er dann sagen wie viele schweine gibt es denn dann noch dieses paradies hier ja ich werde euch alles gut als vermorden die schweine die schweinischen die vier vier jahre ja da gibt es schon ein paar schweinchen die ich hier folgen kann hühner kann man jetzt auch wieder gut ja ich finde es eigentlich ganz gut weil ich brauch dann sowieso wieder ewig viel wenn ich in den ganzen hüllen ihre ja ich will jetzt nicht ins wasser ich bin wasserscheu die ganze schwerter nur vier und verbraten oder so glaube ich jetzt einfach mit dem samen oder so irgendwie ja jetzt da keine mehr ich glaube ich als irgendwie die ganze spezies hier ausgerottet sieht ja auch interessant aus sind aber glaube ich nur normale brennen skelett ja super wo komme ich jetzt daheim hallo ich glaube ich bin schon richtig jetzt oder so ja ich glaube ich bin richtig ich glaube mir sicher zu sein dass ich glaube ich bin richtig gut bisschen samen aber ernten also ja ich sollte vielleicht auch wieder nach hause gehen weil oder laufen eher nach weil ohne schwert ist nicht ganz so lustig jetzt gegen krupp zu kämpfen nein nein es sind ja keine spiel in der nähe sonst sind keine die mir jetzt auflauern oder so ich kraft mir jetzt erstmal ein zwei schwerter ja immer noch aus stein weil ein spiel gut zu wissen so bei die bei da holi ich bin ich bin ich bin nicht ich bin schlafen ja und wieder ja eine Stunde drei Viertel auf oder sogar noch länglich ja eine Stunde drei Viertel ungefähr jetzt ich sollte vielleicht ich wollte eigentlich nur kurz aufnehmen damit ich dann einfach irgendwas habe ich dann aber dann ja auch bei manchen spielen so richtig wenn man angefangen hat dann hört man nicht mehr auf und dann zu Stunden später dann so oh nein ich habe die Zeit übersehen und bla 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 und ja und so laute Sachen halt